Ihr habt eurem Kind ein Handy gekauft? Selber Schuld. Aber zum Glück gibt es ja uns. Hier kommt die Schadensbegrenzung. Hallo zusammen, ich bin Inga von Mobilsicher. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, wir stecken hier mitten in unserer Sommerreihe Mobil und Safe. Die machen wir zusammen mit unseren Kolleginnen von der EU-Initiative ClickSafe. Heute geht es um Kindersicherungen für Smartphones. So ein Handy kann ja ganz schön viel, manchmal vielleicht zu viel. Und vielleicht möchtet ihr nicht, dass euer Kind damit jederzeit alles machen kann. Der Markt für Kindersicherungs-Apps ist ziemlich unübersichtlich. Da gibt es wirklich einen ganzen Haufen Produkte. Und ja, ich gebe euch heute einen kleinen Überblick und habe dann noch eine Produktempfehlung für Android und für iOS. Die gute Nachricht vorweg ist es ziemlich einfach, die Funktionen des Handys zu beschränken. Ihr könnt also einzelne Apps ganz blockieren oder Zeitlimits festlegen. Wichtig, es geht heute nicht darum, wie man die Websuche irgendwie filtert. Also ich rede heute darüber, wie ihr die Funktionen des Handys beschränken könnt. Angenommen, ihr wollt auf dem Handy eures Kindes bestimmte Apps ganz blockieren. Also zum Beispiel den App Store, damit es da nichts runterladen kann. Oder ihr wollt festlegen, dass Spiele-Apps nur eine Stunde pro Tag laufen dürfen. Dann habt ihr verschiedene Programme zur Auswahl. Allerdings gehen nicht alle damit gut mit euren Daten und eben auch mit denen eurer Kinder um. Viele Kindersicherungs-Apps arbeiten nämlich so, dass ihr auf Entfernung, also von eurem eigenen Handy, das Handy vom Kind kontrollieren könnt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn der ganze Datenverkehr über einen Server geleitet wird, der Server des App-Anbieters. Wenn ihr das macht, bedeutet das natürlich, dass die Nutzungsdaten, das, was euer Kind auf dem Handy macht und so weiter, irgendwie im Internet landen. Und dort können, ja, Daten leider verloren gehen oder geklaut werden. Das passiert immer wieder. Sicherer wäre es da, wenn ihr ein Programm nutzt, das ihr direkt auf dem Handy des Kindes einrichtet. Also, das nur lokal arbeitet und Daten von dort aus nirgendwo hingehen. In dem Fall könnt ihr dann nicht mehr aus der Ferne schauen, was euer Kind auf dem Handy genau macht. Aber ehrlich gesagt, wenn da ein paar Voreinstellungen schon klar sind, ein paar Apps blockiert sind, dann ist es ja vielleicht auch ganz gut so, wenn das Kind nicht das Gefühl hat, dass alles überwacht wird, was er oder sie da tut. In dem Zusammenhang kann man dann auch schon mal über Privatsphäre sprechen und dass das auch auf dem Handy eine wichtige Sache ist. Wenn man auf Android nach Apps für die Kindersicherung sucht, stößt man als allererstes auf den Marktführer Google Family Link. Das ist also die Kindersicherung von Google und die lässt sich nicht wirklich datenschutzfreundlich nutzen, denn das geht nur auf Entfernung, die kann man gar nicht lokal einrichten und deswegen kann ich euch die nicht empfehlen. Wir haben hier bei Mobilsicher wirklich lange recherchiert und viele Kindersicherungen getestet und haben am Ende zum Glück eine gefunden, die wir guten Gewissens empfehlen können. Die heißt Time Limit und ist von Jonas Lochmann. Das ist ein freier Entwickler, der diese App ursprünglich für das Handy seines kleinen Bruders entwickelt hat und danach hat er sie dann für alle zur Verfügung gestellt und ihr findet sie jetzt im Google Play Store zum Download. Die kostet 1 Euro im Monat nach einem Testzeitraum von 4 Wochen oder wenn ihr sie direkt für ein Jahr kauft, dann 10 Euro. Ihr könnt damit die Nutzungszeit einzelner Apps oder von App-Kategorien, wie zum Beispiel von Spielen, beschränken oder Apps auch ganz blockieren. Nicht vergessen, auch die Einstellungen auf dem Handy sind ja eine App, das heißt, wenn das Kind die nicht ändern soll, dann könnt ihr die auch mithilfe dieser Kindersicherungs-App blockieren. Die App ist Open Source, das heißt, unabhängige Dritte können den Quellcode überprüfen und schauen, was die App genau tut, ob sie auch das tut, was sie verspricht. Und wenn ihr sie nutzen wollt, könnt ihr sie entweder lokal auf dem Handy einrichten oder eben auf Entfernung von eurem eigenen Handy aus. In dem Fall landen die Daten dann aber im Internet. Letzter Punkt, wenn ihr im Google Play Store nach der App sucht, seht ihr vielleicht, dass die Bewertungen im Durchschnitt sehr, sehr mittelmäßig sind. Das braucht euch nicht wundern, das liegt daran, dass vor allem sehr viele Kinder auch diese App bewertet haben und da kommt die natürlich ziemlich schlecht weg, weil die beschränkt ja das Handy. Soviel zu Android. Welche Kindersicherungen gibt es denn fürs iPhone? Apple hat mit der Einführung von iOS 12 vor zwei Jahren eine eigene Kindersicherung fürs iPhone mitgeliefert. Die findet ihr unter Einstellungen und dann tippt ihr auf den Punkt Bildschirmzeit. Die Bildschirmzeit könnt ihr entweder für euch selbst nutzen, um euer eigenes Handyverhalten ein bisschen zu beschränken oder eben die als Kindersicherung einrichten. Wenn ihr die Bildschirmzeit als Kindersicherung einrichtet, solltet ihr unbedingt einen Code festlegen. Das seht ihr ganz unten unter Bildschirmzeit Code verwenden, denn dann gibt es da ein eigenes Passwort, was abgefragt wird, wenn die Einstellungen verändert werden sollen. Und wenn ihr für euer Kind das Handy beschränken wollt, dann wollt ihr natürlich nicht, dass das Kind die Sperre einfach wieder rausnehmen kann. Wenn ihr da jetzt ein bisschen durchklickt, dann seht ihr hier Auszeit, App Limits. Welche Apps sollen immer erlaubt sein? Wie wollt ihr irgendwas beschränken? Das ist ziemlich intuitiv, das könnt ihr einzeln mal durchtippen. Einfach mal gucken, was ihr davon nutzen wollt. Und ja, da ist es auch noch ein bisschen detaillierter, was die Einstellungen angeht. Ihr könnt zum Beispiel solche Einstellungen wie die Standortdienste auch einzeln blockieren. Das ist aber durch die Erklärungen direkt im Handy alles ziemlich gut zusammengefasst und erklärt. Da findet man ziemlich gut durch. Auch bei Apples Bildschirmzeit ist es möglich, das Handy des Kindes aus der Ferne zu kontrollieren, von eurem eigenen iPhone aus. Das geht dann über die Familienfreigabe mit einer Kinder-Apple-ID, die ihr zuerst einrichten müsst. Das erkläre ich genauer in einem anderen Video dieser Reihe, wo ich zeige, wie man ein iPhone einrichtet. In dem Fall landen die Daten natürlich auf Apple-Servern im Internet. Soweit der Überblick, was ihr euch jetzt merken müsst. Handyfunktionen lassen sich ziemlich leicht beschränken. Und wenn ihr das Handy für Kinder sichern wollt, empfehle ich euch dazu auf Android Time Limit von Jonas Lochmann. Auf dem iPhone könnt ihr die Bildschirmzeit nutzen, die bringt das Handy schon von selbst mit. Wichtig ist, wenn ihr nicht möchtet, dass die Daten im Internet landen, solltet ihr so eine App nur lokal einrichten. Nun ist die Technik natürlich nur die eine Seite. Gleichzeitig solltet ihr mit eurem Kind drüber reden und Regeln gemeinsam festlegen. Da haben die Kolleginnen von ClickSafe noch jede Menge Tipps für euch unter clicksafe.de. Ich sage Tschüss für heute. Wenn es euch gefallen hat, nehmt euch ein Abo mit und drückt die kleine Glocke dazu. Dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt schön sicher. Tschüss.